Ich will mir ein Feedback meiner Schüler holen und nutze dazu jetzt das Tool von MEBIS. Ich bin eingeloggt in MEBIS und gehe auf Lernplattformen und dort gibt es schon die Lernplattform der Klasse 9c an dieser Stelle und dort muss ich jetzt einen neuen Legostein hinzufügen. Also wie man sieht, hier gibt es schon den Feedback, aber das mache ich einfach nochmal. Nächster Schritt bearbeiten, einschalten. Um einen Legostein hinzuzufügen brauche ich immer, muss ich einschalten, dann hier auf Material hinzufügen und dann habe ich dieses Feedback an der Stelle. Klicke ich auf Feedback hinzufügen. So, der Feedback braucht einen Namen. Das ist nur mein Testfeedback, nur für dieses Video. Öffnen. Passt alles Beschreibung, glaube ich nicht. Anonym und so weiter. So, Speichern und Anzeigen. Da bin ich. Ich hole mir ein Feedback aus einer Vorlage, weil ich ein fauler Mensch bin. Auswählen und jetzt gibt es hier unheimlich viele Vorlagen. Hinten Feedback allgemein oder Feedback Unterricht. Genau diesen Feedback Unterricht, den hier habe ich schon mal benutzt. Der ist gar nicht so schlecht. Änderung speichern. Und jetzt kann ich mir die Fragen anschauen. Der erste zum Beispiel, bei ihm traue ich mich immer Unterrichtsbeiträge zu liefern, den finde ich gut. Und zweitens, ich selber frage nicht ab. Deswegen lösche ich das Element. Ja. Und drittens, sie motivieren doch Lob und so weiter. Respekt. Ich könnte jetzt auch hier auf Bearbeiten und das Element bearbeiten und an der Stelle den Text ändern. Wenn ich Lust hätte. Mache ich jetzt aber doch nicht. Das ist eigentlich eine gute Frage. Und wieder Elemente aktualisieren oder eben abbrechen. Mal aktualisieren. Bei dem Feedback-Bogen gefällt mir der Schluss. Da gibt es zweimal die Möglichkeit, der Schüler so einen offenen, also einen Text einzugeben. Deswegen habe ich den genommen. Also was ist gut an der Lehrperson und was ist schlecht an der Lehrperson? Ja, sehr viel mehr brauche ich nicht. Und ich könnte natürlich auch jederzeit eine Frage hinzufügen. Oder verändern. Ja, hier kann ich bearbeiten. Seitenumbruch. Ja, tun wir das schon. Und wenn es dann alles gemacht ist, gehe ich zur Auswertung. Und hoffe dort bald von den Schülern ein Feedback zu haben. Im Moment natürlich logischerweise null.